Ja, was heißt abgeklärtheit? Ich war natürlich auch nervös, war sicherlich keine leichte Situation gestern. Es war schon so, dass zwar beim normalen Weltcup-Rennen mal da wahrscheinlich ein bisschen ruhiger rangeht und das alles ein bisschen entspannter sieht, aber gestern ging es ja doch schon dann um was ein bisschen mehr. Und im Endeffekt war ich sehr glücklich, dass ich mit einem Akito jemanden hatte, mit dem ich zusammenlaufen konnte, weil alleine auf dieser Runde wäre es sicherlich sehr schwer geworden, das durchzuziehen. Und ja, und somit ist es wirklich gut für mich ausgegangen und natürlich das mit der coolen Sau scheint immer nach außen hin so zu sein. Ich persönlich habe mich versucht, halt einfach auf mich selber zu konzentrieren, zu schauen, was wichtig ist auf dem Moment. Und damit bin ich recht gut gefahren. Ja, also danach war natürlich erstmal schon ein bisschen Rummel, ein bisschen Stress. Ging viel umher in die Pressekonferenz, Dopingkontrolle, dann durfte ich hier wieder erstmal in unser Hotel und mich kurz duschen und was essen. Und dann wurde ich ja herzlich hier im Deutschen Haus begrüßt, war ein toller Empfang. Hat mich sehr gefreut. Ja, da noch hier und da ein kleines Interview. Und dann war ich sehr froh, dass ich den Abend dann noch ein bisschen mit meinen Kameraden und Teamkollegen sozusagen feiern konnte. Wir saßen dann gemütlich noch ein bisschen unten im Kuchenstübel, haben da ein Siegerbier miteinander getrunken und dann haben wir den Abend noch so ein bisschen genossen. Ja, und dann bin ich eigentlich schon rüber ins Hotel dann, hab noch ein bisschen mit meiner Familie telefoniert. Hab da noch mit meinen Eltern, mit guten Freunden, mit meiner Freundin eben auch telefoniert. Ja, und dann bin ich aber auch ziemlich k.o. dann ins Bett gefallen und hab eigentlich jetzt bis vorhin gerade eben geschlafen wie ein Stein. Ja. 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 Ja.